Kommt noch ne? 6 sind es insgesamt ne? Hab einen auf dem Turm aber ich schieß nicht drauf oder doch? Ich probier's mal Woah K.O. geschossen! Hochlebetwitch aber na gut wenn da oben einer ist dann wird er geheilt zwischen den Häusern Kommt muss ja natürlich irgendwann hier hinkommen Zwei Stück da Gehen aber in ne andere Richtung Ja Einer rechts in dem Haus Einer links in dem Haus Der Scharfschutz ist immer noch da Headshot Team ausgelöscht Bam Boah ich bin heute so geil Wer war das? Ich bin jetzt Ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt sind die tot? alle? jo jo ja stimmt aber wo? wo jetzt? ja ich probier's mal ja er hat mich er hat mich er hat mich da sind zwei in der halle danke fuck team ausgelöscht weiter 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 vor 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 hu 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 ey wir müssen hier auf die andere Seite fuck ich kann keinen muni mehr kaufen äh kein kevlar komm geht geht weiter geht weiter ja da oben aufm dach ihr seid beide tot oder? jetzt auch runter vor einer Seite sind scharfschützen ein gefeind in Gebiet feind in Gebiet die gut auf deinen Schultern eh es sind noch 25 übrig passt das draußen gut aus gibt's hier noch ne Einkaufszone? Guck mal ich glaub nicht doch Ich gehe da jetzt hin und probiere mich noch irgendwie zu holen. Ah, fuck, da ist einer hin. Da ist gerade einer runter. Ja, ja. Ich nehme jetzt voll die Action ab. Aber ein Team ausgelöscht. Scheiße. Fuck. Jetzt bin ich gespannt, was ich habe. Oh, das Spiel war geil. Ich habe keine Ahnung, 3000 Kills gemacht? Acht. 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 Hm, auch 8000 Punkte. Hm. Ja, und was habe ich noch gemacht? Hm.